Wir kommen zu diesem Video. Es geht heute nochmal um konkrete Analysebeispiele aus meiner Probeklausur. Was wir machen werden, ist uns eine Aufgabe anschauen, bei der Phrasenstrukturanalysen für ganze Sätze erstellt werden sollen. Das sind drei Sätze, die gehen wir jetzt einfach der Reihe nach durch. Auch in diesem Video erfahren Sie nichts über theoretische Hintergründe. Die können Sie meiner Open Access-Einführung in die grammatische Beschreibung des Deutschen entnehmen. Den Link zum kostenfreien Download des Buches finden Sie in der Beschreibung des Videos. Wir können bei so einer Analyse jetzt auf verschiedene Weise beginnen. Was sich immer lohnt, ist zuerst mal die Wortartenbestimmung für jedes Wort in diesem Satz zu machen. Halten Sie das Video an und überlegen Sie sich für jedes Wort die Wortklasse. Wir erhalten folgende Beschriftungen. Jana und Maja sind Nomina. Das UND ist eine Konjunktionspartikel. Entfernen ist ein Verb. Sich ein Pronomen. Schwimmend ein Adjektiv. Sehr eine Partikel. Weit ein Adjektiv. Vom eine Präposition. Und bot ein Substantiv. Jetzt werden Sie hier vielleicht sagen, Moment, das habe ich doch als Partizip gelernt. Schwimmend, das ist doch irgendwie eine Verbform, ist es nicht. Diese sogenannten Präsenzpartizipien sind ganz einfach nur Adjektivableitungen. Das ist einfach Wortbildung. Schauen Sie zur Not in meinem Buch, wenn Sie nicht einverstanden sind oder Ihnen das nicht klar ist. In den anderen Videos habe ich Ihnen gesagt, dass Sie Tests machen können, um die bewegten Konstituenten und ihre Spuren zu finden. Ich würde Sie jetzt bitten, das einfach durchzuführen und dazu das Video anzuhalten. Und wir schauen dann jetzt einfach nur noch, wie die Struktur der Konstituenten hier zwischen ist. Und jetzt sehen wir wieder ganz bestimmte Dinge, die wir in den anderen Analysen auch schon gesehen haben. Sehr ist ein Funktionswort. Das ist eine Partikel. Sehr bildet damit also keine eigene Phrase. Das muss irgendwo anders zugehören. Alle anderen Konstituenten hier sind keine Funktionswörter, die müssen je eine Phrase bilden. Dieses Nomen muss eine MP bilden, dieses P muss eine PP bilden, das A muss eine AP bilden und so weiter. Und es empfiehlt sich immer zu schauen, was können Sie auf jeden Fall schon mal fertig machen von diesen Konstituenten, um die Anzahl der verbleibenden möglichen Analysen zu verringern. Da sehen Sie hier ein Pronomen. Wir wissen, dass dieses Pronomen immer eine NP bildet. Was wir uns jetzt fragen müssen, ist, können wir hier draus irgendetwas machen, was noch zu diesem Pronomen dazugehört? Dass also irgendwas hiervon in diese NP, die das Pronomen bildet, mit reingenommen wird, können wir nicht. Denn wenn wir uns das anschauen, dann haben wir in der NP nach dem Kopf die Möglichkeit innerer Rechtsattribute oder von Nebensätzen. Und dieses Material hier, das könnten wir jetzt einzeln durchexerzieren, liefert uns weder die Möglichkeit, einen Nebensatz zu bilden. Dafür fehlen die Verben. Und es eignet sich auch nicht für ein inneres Rechtsattribut. Dieses Pro hier bildet seine eigene NP mit keiner weiteren Konstituente außer dem Kopf. Wir wissen also, alle diese verbleibenden Wörter bis auf das Sehr müssen Phrasen bilden, weil sie lexikalische Wörter sind. Und dann nehmen wir uns die, über die wir irgendwie am meisten sagen können, wie zum Beispiel, dass ein Pronomen in der Regel eine NP alleine bildet, außer Rechtsattribute oder Nebensätze. Ein anderer schöner Kandidat ist immer eine Präposition. Wenn Sie eine Präposition sehen, wissen Sie, die Präposition bildet eine Präpositionalphrase. Und in der Präpositionalphrase ist als Ergänzung eine Nominalfrase enthalten. Und das heißt, Sie können diese Situation hier auch schon sofort klären. Dieses Nomenboot bildet eine NP und diese NP ist die Ergänzung zu dieser Präposition und das bildet zusammen dann eine PP. Wenn Sie sich das Phrasenschema der PP anschauen, dann sehen Sie, hier haben Sie gar keine andere Möglichkeit mehr. Als nächstes müssten Sie hier, wenn Sie jetzt nicht weiter wissen, das Phrasenschema für Adjektivphrasen bemühen, denn Sie müssen hier noch zwei Adjektive unterbringen. Die müssen noch Phrasen bilden. Und dann sehen Sie als erstes, dass Adjektive im Phrasenschema links von sich Intensivierungspartikeln zulassen. Sehr weit. Sieht so aus, oder? Und damit können wir eigentlich davon ausgehen, dass die zusammen eine AP bilden, in der diese Partikel das Adjektiv modifiziert. Jetzt bleibt uns nur noch dieses A, da gehen wir hier davon aus, das bildet eine AP, denn in erster Näherung zumindest kann das ja nichts weiter zu sich nehmen. Wir müssen uns jetzt nur noch Fragen bilden, eigentlich einige von denen vielleicht doch noch zusammen irgendwas? Gehört vielleicht diese AP in diese PP rein oder diese AP in diese NP? Und das können wir eigentlich nur machen, indem wir jetzt nochmal die Phrasenschema da durchgehen und überlegen, okay, kann ich eine AP rechts in einer NP haben? Haben wir schon abgehakt. Kann man eine AP rechts in einer AP haben oder eine AP links in einer AP? Auch nicht. Und dann schauen wir uns an, ob diese AP irgendwie in diese PP zu integrieren ist und dann sehen wir, dass das eigentlich geht. Das kann hier ein Modifizierer innerhalb der PP sein. Im Buch gibt es diese Beispiele wie einen Meter unter der Erde. Das wäre durchaus denkbar. Und wie kommen wir jetzt dahin, festzustellen, ob das hier tatsächlich zwingend die richtige Analyse ist? Es wäre eine mögliche. Die Frage ist, können wir sehr weit alleine ins Vorfeld stellen? Sehr weit entfernen Jana und Maya sich schwimmend vom Boot. Wenn Sie mich fragen, geht das? Und in dem Moment, wo das geht, kann eigentlich das hier nicht Teil der PP sein. Denn sobald es Teil der PP ist, ist es keine direkte Konstituente der VP mehr und kann nicht ins Vorfeld gestellt werden. Eventuell würden KollegInnen hier anders argumentieren und sagen, das ist vielleicht doch ein Modifizierer. Wir bleiben jetzt mal dabei auf Basis des Tests, dass Sie das Einzelteil, was Sie integrieren wollen, ins Vorfeld stellen. Umgekehrt, ich sage es Ihnen, funktioniert das nicht so gut. Größere Stücke können Sie öfter ins Vorfeld stellen, obwohl Sie keine Konstituente bilden. Und das ist eine riesige Schwachstelle an der ganzen Satzglied-Terminologie. Das ist aber was für fortgeschrittenere Veranstaltungen. Wir sind jetzt hier fertig. Wir können einfach alle diese Phrasen in die VP reinhängen. Das sieht dann so aus, nicht schön, aber stimmt. Uns bleibt jetzt noch hier vorne zu klären, um was es sich hier handelt. Naja, wir sehen, wir haben hier eine Konjunktion und wir wissen, eine Konjunktion verbindet zwei gleichartige Teile. Wir wissen auch, dass hier eine Phrase sein muss, denn hier vorne vor dem bewegten Verb steht immer eine bewegte Phrase. Jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, die uns die Phrasenschemata einräumen. Wir können erst die zwei Nomina verbinden und die dann als Kopf einer Nominalfrase behandeln. Oder wir machen die erst zu Nominalfrasen und koordinieren sie dann. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht bespreche, finde ich es besser, erst Nominalfrasen draus zu machen. Und die werden durch die Konjunktion verbunden. Und da hier sonst keine anderen Analysemöglichkeiten bestehen, ist das die bewegte Konstituente. Die hängen wir gleich hier in den Satz rein. Was haben wir gemacht? Wir haben zuerst mal die Grobstruktur über die Fragetests analysiert. Wir müssen dann schauen, was sind die lexikalischen Wörter? Die bilden Phrasen. Die Funktionswörter, wie diese Partikel, können wir versuchen, möglichst schnell in die Phrasen zu integrieren. Wenn wir sowas sehen wie eine Präposition, wo wir wissen, die braucht immer eine NP, es geht nicht anders, können wir sowas auch schon fertig machen. Wenn wir sowas sehen wie ein Pronomen, da wissen wir, Pronomina bilden nur ganz bestimmte Arten von NPs, das können wir auch schon fertig machen. Wenn wir nicht wissen, ob wir was integrieren sollen, noch in eine andere Phrase, versuchen wir mal das zu integrieren, ins Vorfeld zu stellen. Wenn das geht, integrieren wir es lieber nicht. Eine Sache haben wir noch gesehen, wenn wir eine Konjunktion haben, ist das eigentlich ganz einfach. Wir müssen gucken, davor und danach muss was stehen von derselben Sorte, dann muss die gleiche Beschriftung hier sein und das wird dann verbunden. Fertig. Wir kommen zum nächsten Satz. Der Fremde wird Adam gewesen worden sein. Wir bestimmen als erstes die Wortklassen. Artikel, Substantiv, Verb, Substantiv, Verb, Verb, Verb. Wir machen hier auch wieder die Tests auf bewegte Konstituenten und auf Spuren. Machen Sie das, indem Sie das Video wieder kurz anhalten. Und wir wissen, dass das eine Konstituente sein muss. Und ganz ehrlich, wenn Sie sowas sehen wie ein Artikel und ein Substantiv, dann sollten Sie irgendwie sehen, Moment mal, Artikel haben wir nur in der Nominalfrase vor dem Kopfnomen, dann wird das hier wohl eine Nominalfrase sein. Und zwar ist sie bewegt, deswegen kriegt sie hier die 2, um sie mit dieser Spur zu identifizieren. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Wenn Sie sowas sofort sehen, ist es echt besser, das auch sofort zu machen. Hier sehen wir einen Eigennamen. Bei Eigennamen können Sie bis auf ganz bestimmte Arten von Relativsätzen eigentlich nichts zusätzlich in der NP haben. Da haben wir noch eine NP. Und hier haben wir jetzt nur noch Verben. Ein infinites, ein infinites, ein infinites Verb. Was sagt uns das? Das muss hier der Verbalkomplex sein. Wir haben hier die Spur eines finiten Verbs und dann hier drei infinite Verben. Und da schauen Sie sich dann jetzt einfach das Schema vom Verbalkomplex an. Und Sie wissen auf jeden Fall, dass Sie die hier hierarchisch zusammensetzen. Die bilden den Kopf der VP, den Rest dazwischen, das ist hier das sogenannte Mittelfels, nicht mehr viel von übrig, hängen Sie einfach in die VP rein, weil Sie hier nichts weiter haben, was Sie noch analysieren können. Und damit sind Sie hier schon fertig. Was wir hier gesehen haben, ist Eigennamen bilden in der Regel Phrasen ohne etwas weiteres vor oder nach sich. Hier vorne wussten Sie schon, das ist eine Phrase, weil da immer eine Phrase steht. Und dann ist ein Artikel und ein Substantiv nur auf sehr eingeschränkte Weise zu verbinden. Und außerdem haben Sie hier gesehen, dass wenn hier ganz viele infinite Verben stehen, dass das dann wahrscheinlich ein relativ großer Verbalkomplex ist. Fertig. Den dritten Satz aus meiner Probeklausur würde ich an der Stelle gerne weglassen, weil das Video sonst wieder sehr lang wird. Das Besondere an dem Satz ist, dass da ein Nebensatz im Vorfeld steht. Das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich in Klausuren im ersten Semester normalerweise nicht bringe, weil wir uns dann Gedanken machen müssen, die doch schon ein bisschen weiter in die Satzsyntax des Deutschen reingehen. Ich hoffe trotzdem, dass ich es in den nächsten Tagen noch schaffe, ein Video zu machen über die interne Struktur von Nebensätzen, weil da muss man sich ja auch mal drüber Gedanken machen. Wenn Sie in den nächsten Tagen eine Klausur schreiben, wünsche ich Ihnen schon mal viel Erfolg. Denken Sie daran, versuchen Sie es systematisch anzugehen. Auch in der Syntax müssen Sie sich nicht auf irgendeine mysteriöse Intuition verlassen, sondern wirklich überlegen, was erlauben Ihnen die aufgestellten Phrasenschemata oder anderweitigen Regeln, wenn Sie jetzt mit einem anderen Buch zum Beispiel arbeiten. Und nur die Strukturen, die da beschrieben sind, können Sie auch annehmen. Das geht systematisch. Fragen und Anregungen, wie immer bitte in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.